Musik Musik aus Ungarn und Rumänien. Es erklingen eine Guarneri-Violine und ein Goffriller-Kontrabass, 300-jährige Instrumente, die im Konzertsaal einen unbeschreiblichen Klang entwickeln. Musik Die typischen Sykopen in dieser Musik übernimmt mit mir zusammen diese russische Alt-Balalaika, gebaut um 19. Musik 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 Das ist ein Tanzmeistergeide, geboren 1749 in Frankreich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020